so ich würde mal seine treppe hoch wie war das normal ist ein bisschen lange her wo fanden wir die masken ok verstanden geht es nicht lang die masken die masken die masken war ein versuch wert aber ja so irgendwo lang Da nicht, da nicht Ah, ich weiß, was wir machen können Die Pulzensteinerdinge haben wir doch bekommen Sekunde Wie können wir speichern Speichern ist wichtig Mit drei Masken finden Damit wird es aber nicht vorbei sein Wir müssen so schnell wie möglich einen Schlüssel hierfür bekommen Und bei den anderen Waffen bekommen Das Gewehr und die Flinte Okay Wir wachsen über diese eckigen Runden Wie Bilder Oh Kraut Das nimmt mit Können wir zu Und die Chemikalien noch dazu finden Zu Heilung machen Als ob das schon die erste Maske ist Das habe ich schon versucht Aha Ja, Munition hat nicht geklappt Aber wie Drauf schießen Was muss ich tun Nicht viel Verstärker? Okay Kämpfen Zumal kenne ich das hier schon ein wenig Dadurch dass ich das hier schon mal gespielt habe Das musst du schon mal erleben Im Hauptspiel Im Hauptspiel Der Punkt ist bekannt Okay Drei Augen Das ist aber aus heißen Werksfabrik Die Symbolik Können wir was herstellen damit Nein, noch nicht Warum noch Chemikalien Anderes zu X Ich habe ein paar nützliche Kombinationen herausgefunden Kraut Das flüssige Chemikalien Schließbeläum Das flüssige Chemikalien Es gibt sicher noch mehrere Dinge Die man kombinieren kann Was ich auch tun muss Ich werde überleben Als ob man das noch nicht weiß Man spielt doch nicht Das war wusste ich es hier Bevor man Das Hauptspiel durch hat Wer macht denn sowas Wenn man das Hauptspiel durch hat Der weiß das schon Das halte ich für euch Das ist unrealistisch Dass jemand das nicht weiß Und das Hauptspiel geschafft haben kann Eine virtuelle Heilung Oder Anwendung hergestellt haben müssen Oh okay Das wird schleimig Da hat mir jemand schwer Oh dieser Asthmatiker Ich darf was Martiker Witze machen Mit selber Ich darf was Martiker Witze machen mit selber Ach Niederlich Ich hau dann ab Wenn es genehm ist Verstärke 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 Da wahrscheinlich Kommen wir noch nicht lang Ich setze mal an Das ist auch eine Zone Weil die werden wir brauchen Heilung haben wir gerade noch Da gehe ich auf keinen Fall durch Vielleicht Komme ich ja irgendwie oben drüber Vielleicht über die Leitung Boah Der Boden ist Schleim Tödlicher Der Boden ist tödlicher Schleim Spiel mit dieses Spiel Ah An dieser Wand waren An dieser Wand waren auch schon drin Ich erinnere mich Hier oben waren wir auch schon Das ist ja gestern Die ich noch gehe Um heute Nacht zu gucken Ob hier was ist Ob es Lohn gibt Hier sind wir gegen Ende Das Abschnitt zu hoch Hä Und Was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren? Okay Ich fühle mich anders Okay Das ist um aufzukehren Und dann nutzen wir die Power Die Macht Ich habe einen Weg gefunden Eine gravierende Destabilisierung Von Teilen des Mutamizänen Netzwerks herbeizuführen Indem ich eine störende Kraft einbringe Die die Kommunikation benutzten Autoduktoren blockiert Beispielsweise bringen die Sklerotien Die runden Kernähnlichen Mykelkörper Auf zellulärer Ebene Zu zerbrechen Und bei einer derartigen Stübung Nicht ganz zu verfallen Die Sklerotien befinden sich Wenn der Mutamizid Sich an einen An neuen Stellen Formt Ich kann heute nicht mehr lesen Sie dienen dort als Halt Beziehungsweise als eine Art Ankerpunkt Sie sind zumeist mit einer Fläche von flüssiger Leere Verbunden Über die der Pilz sich ausgebreitet hat Werden nun die Autoduktoren eines solchen Sklerotiums Durch Sturz Beginnt es zu fallen Mit dem Sklerotium verbunden Flüssiger Leere zerfällt Dabei ebenfalls Von Singapur Bullshit Es scheint Dass bei Die Stabilisierung Eines Sklerotien Ein Signal Was es weitergibt Wenn man die Mutamizid Eigentlich Das ist eine Platzhalte Ok So Dann mal wieder In den Hof zurück Versuchen wir es mal hier ran Munition Ist diese Macht nur Bedingend nutzbar Wie nutzt die Munition aus Oder Kann man das immer nutzen Das ist eine sehr effektive Kraft Eine sehr stärkere Stankpower Autsch Knochenbrüche Ahoi Okay Den Kern finden Und Schalten Das scheint nicht viel zu bringen Das scheint nicht viel zu bringen Ist ja widerlich Okay Von woher Ist ja Fest verschlossen Jetzt nicht mehr Können wir mit der Energie Nicht ausschalten Aha Ein Magazin Dann haben wir die Waffe Versterbt Das können wir nicht lösen Okay Wir haben wir die Kraft jetzt Dauerhaft Weil sonst würde ich die nicht für Munition Verschwinden Wenn wir die nur bedingt haben Wir können was herstellen Ich war mal Ein bisschen Arznei Können wir früher später noch gebrauchen Okay Dann können wir es durch Verdammt, wir hatten doch schon. Jetzt brauchen wir mal Heilung, sobald wie möglich. So, schnell raus hier, ok, die Treppe runter, vielleicht eine Tote raus. Was ist denn das in der Welt? Wo ist es gegen ein Revier? Hier. Und wo in der Kiefig. Ein Foto. Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Ok. Eine Tür öffnen. Die Bronzemaske. Da sollen wir wohl als nächstes hin. Ich würde erstmal die Maske zurückgeben. Oder nicht. Oder ging das dort lang? Oder nicht. Ich habe einen Hinweis gehabt, ja. West Nein, ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Danke. Sekunde. Das war's für mich. Okay, die Maske, die haben wir hier, können wir die irgendwie hier, können wir herausfinden, wo die rein wird, ob die hat einen, wo wird sie oben hin, nein? wird sie nicht, hier, und die Maske hier, die anderen beiden müssen wir noch finden, im Keller finden wir das ein, wo wir, wir machen jetzt genau das Gegenteil und gehen nach oben, und sich mit Karte, eine wegen Schlüsse finden, eine Tür ist im Keller, Menschen bauen keine Karte, die waren hier schon, ja, und zwar, aber warum spielen wir das? Aha, die Mäden ist mit da links, um gerade zu, wenn ich entfernt werde, die Mäden ist eine Spine, das lasse ich mal hier, das lasse ich mal da, wo es so springlich war, das brauchen wir später, Ach, hier waren wir schon. Ne, da lag nichts auf dem Tisch. Auf der anderen Seite gab es eine Tür. Ach, wo steht denn der noch? Ganz sechs Schuss hat er gebraucht. Haben wir hier irgendwo eine Knaspe? Im Kern? Oh, ich bin hier. Egal, ich bin hier. Es ist mir so gut, wenn das alles ist. Ich bin hier so gut, ob ich meine, das ist mir sehr gut ist, das ist mir sehr gut. Ein bisschen mit dem Tisch, ähnlich wie Property. Wo ist denn der jetzt böse, der duke? Ich bin von diesen Kreaturen hier reingeflohen, aber wo ist der Schlüssel mit dem Augen-Symbol? Er sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Okay, hier durch. Okay, die Kraft der Geist. Ich habe meine Schwester besiegt. Im Hauptspiel. Take this. It´s dangerous to go alone. Es gibt anscheinend noch mehr davon. Es ist noch stärker. Noch stärker. Ich brauche Geld. Jetzt kommen die auch so aus Schatten. So, wo sind die Schlüssel jetzt? Jetzt haben wir uns die Power geholt. Ein bisschen mit Gaia. Hilfreich, aber nicht das, was ich suche. Das auch. Zweigweißes Eiweiß. Warum, wofür, was. Steht das mit der Mitte? Ah, okay. Ich wusste doch, dass das nicht von Dauer ist. Komm nur. Seid vorsichtig. Bin ich. Geht doch ohne die hier. Okay, wir bauen hier ein Buch. Oh, im Fernseher ist das. Oh, scheiße. Schnell raus hier. Der Schlüssel war immer noch nicht befunden. Wir haben bald keinen mehr. Okay. Wie nutzen wir das hier? So. So. Wie ist das so ein Killer wurde gesagt. Wenn nicht, dann gehen wir erstmal dort lang. Irgendwo, hier haben wir was. Langsam wächst er mir ins Herz. Naja, ich weiß ja nicht. Zum Glück ist der... Okay, wir brauchen den Schlüssel. Der Junge ist hier nicht mehr drin. Die Schreibmaschine ist ja auch nicht drin. Ich kann mich an nichts erinnern, nicht wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen dieser Hunger andere Laien zu sehen. Diese Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meinen treuen Diener. Er hat viele Gesichter. Und jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verlassener Kanitenbau. Er ist mein bester Jagdhund und er würde dieses Häschen für mich verhetzen. Aber okay. Gegen Antisong. Hier können wir mal ein bisschen untersuchen und dann hier ein bisschen... Ein Blick zu stapeln. Ein Blick zu stapeln. Es ist wichtig, dass wir mal gut stapeln. Es ist wichtig, dass wir mal gut stapeln. datsache man sich auf. Warum sollten wir mal gut stapeln? Nicht schlecht! Du bist raus! Untertitelung des ZDF, 2020